Narkosearzt nach Tod einer Vierjährigen zu zehn Jahren Haft verurteilt Das Gericht verurteilte den Narkosearzt zu zehn Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung. Der Anästhesist hatte das verunreinigte Narkosemittel bei mehreren Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren eingesetzt, was zu schweren gesundheitlichen Komplikationen führte. Das vierjährige Mädchen erlag schließlich den Folgen der Infektion. Der Richter betonte bei der Urteilsverkündung, dass der Angeklagte grob fahrlässig gehandelt habe und durch sein Handeln den Tod des kleinen Mädchens verursacht habe. Die Eltern des Opfers zeigten sich erleichtert über das Urteil und hoffen, dass ihr Schmerz und ihre Trauer nun etwas gelindert werden können. Der verurteilte Narkosearzt äußerte sein tiefes Bedauern über den Vorfall und beteuerte, dass es nie seine Absicht gewesen sei, jemandem Schaden zuzufügen. Er muss nun für zehn Jahre ins Gefängnis und wird wahrscheinlich auch seine Zulassung als Arzt verlieren.